Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Videoserie. Wir haben die betitelt mit 60 hoch 2, weil hier der Markus von Emotion Marketing ist und ich, der Silas von Fürstenberger Marketing. Und wir haben gedacht, hey, wir wollen euch jeweils innerhalb von 60 Sekunden unser spontanes Wissen zu einem Videomarketing-Thema mitgeben, damit ihr als Unternehmer, als Selbstständige, eure Kunden und Bewerber, wenn ihr Videomarketing betreibt, besser verstehen könnt, besser ansprechen könnt. Und das heutige Thema soll es sein, spielt die Content- bzw. Videolänge eine Rolle? Muss ich mein Video sehr kurz halten, muss ich sehr lang halten? Es gibt den Mythos, dass alles immer kürzer werden soll. Und da würde ich direkt sagen, Markus, du darfst rein starten mit deinen spontanen 60 Sekunden. Ich soll anfangen mit spontanen. Ja, ich lasse Alter vor Schönheit und deine 60 Sekunden laufen. Du bist ein sehr netter Mensch. Die Zeit nehme ich mir für dich. Okay, Videolänge ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ich auch oft gefragt von Kunden, es sieht ja folgendermaßen aus, es kommt ja wirklich darauf an, was du für wen machst. Also welche Art von Content machst du für welche Zielgruppe? Das heißt, wenn du zum Beispiel Erklärvideos machst, Tutorials, du willst ein Produkt erklären, eine Dienstleistung und willst es deinem Kunden schon in einem bestimmten Bereich fokussiert genau erklären, dann kannst du dir auch mal mehr Zeit lassen, weil du weißt schon, an wen dieses Video adressiert ist und der, den es interessiert, der guckt sich es bis zum Ende an. Bei jüngeren Plattformen ist natürlich die Aufmerksamkeitsspanne dementsprechend kürzer. Das wissen wir alle, auch meine Aufmerksamkeit ist schon relativ kurz oft. Und es gibt einfach Sachen, da willst du einen schnellen Überblick. Ja, bei Nachrichten, bei News, bei einem Angebot, das man dir macht, willst du einfach erstmal einen schnellen Überblick und da sind natürlich kurze Videos angebracht, gerade zum Beispiel auch im Recruiting-Bereich. Und? Auf die Minute. Auf die Minute. Jetzt komme ich noch mit meinen 60 Sekunden. Was ganz wichtig ist, ist der Inhalt eines Videos. Das heißt, ich würde niemals mit dem Gedanken hingehen und sagen, oh, wir müssen jetzt ein zweiminütiges Video produzieren oder oh, das darf maximal eine Minute sein. Klar, manchmal gibt die Plattform auch gewisse Formate oder einen gewissen Rahmen vor, was die Länge angeht. Aber ich würde immer schauen, hey, was für eine Geschichte will ich erzählen? Was will ich an Inhalt rüberbringen? Biete ich einen Mehrwert oder ist es witzig, unterhaltsam? Weil dann kann das Ganze auch mal gern ein bisschen länger sein. Solange es den Zuschauer fesselt, ist die Länge des Videos nämlich nicht so entscheidend. Deshalb, der Inhalt ist extrem wichtig und dann spielt natürlich noch ein bisschen so die Plattformökonomie eine Rolle. Auf welcher Plattform bringt dir das Video ein? YouTube ist auch super geeignet für längere Inhalte, ist ja auch eine spezielle Videoplattform. Auf Instagram oder TikTok muss man natürlich kürzere Formate bringen. Das war es schon von unserer Seite. Jeweils zweimal 60 Sekunden. Und falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, ciao. Bis dann. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss. Peace. Tumat. 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 Splats.